Die UNO bestimmte den 23. September als den Internationalen Tag der Gebärdensprachen und setzt damit ein Zeichen für die Inklusion von gehörlosen Menschen auf der ganzen Welt. Rund 72 Millionen gehörlose Menschen leben auf der Welt, davon 80 Prozent in Entwicklungsländern gemäß der World Federation of the Deaf, WFD. Mehr als 300 verschiedene Gebärdensprachen existieren auf der Welt. Die Gebärdensprachen unterscheiden sich in nichts von den anderen Sprachen. Sie sind linguistisch gleichwertig, auch wenn sie einen anderen Sprachmodus verwenden. Das Übereinkommen der UNO zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen, UNO-BRK, erwähnt die Rechte der Gebärdensprache explizit in den Artikeln. Gebärdensprachen sind den gesprochenen Sprachen gleichgestellt und die UNO-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, das Erlernen der Gebärdensprachen zu erleichtern und die sprachliche und kulturelle Identität der gehörlosen Menschen zu fördern. Dafür hat die UNO-Generalversammlung vom 19. September 2017 den 23. September eigens zum Internationalen Tag der Gebärdensprachen anerkannt, um dadurch das Bewusstsein für die Bedeutung der Gebärdensprachen und die Rechte der gehörlosen Menschen zu schärfen. Aber warum überhaupt den 23. September? Warum nicht einen anderen Tag? Am 23. September 1951 wurde die World Federation of the Death, WFD, gegründet, die fortan weltweit für die Rechte der Gebärdensprachen und die Interessen der Kultur der Gehörlosen kämpfte. Also, heute feiern wir den Internationalen Tag der Gebärdensprache, an dem wir die Rechte der gehörlosen Menschen und die Gebärdensprachen ins Zentrum stellen. Dieses Jahr steht unter dem Motto We sign for human rights. Wir interpretieren das Motto Das Recht auf eigene Sprache ist ein Menschenrecht. Was ist das Recht auf eigene Sprache? Unser reiches Land, die Schweiz, ist das einzige Land im Vergleich zu anderen Ländern, in dem die Gebärdensprache im Gesetz noch nicht rechtlich anerkannt wurde. Wir haben über 75 Jahre für die Anerkennung unserer Gebärdensprache in der Gesellschaft gekämpft, damit der volle Zugang zu allen Bereichen gewährleistet ist. Mit dem Zugang können die Chancen auf Arbeit, Bildung, Politik und gesellschaftliches Leben erhöht werden. Die Diskriminierungen nehmen dadurch kontinuierlich ab. Im Jahre 2019, vor zwei Jahren, wurde im Parlament ein Postulat zur möglichen Anerkennung der Gebärdensprachen erfolgreich eingereicht. Wir sind nun gespannt auf den Bericht zum Postulat des Bundes über die Anerkennung der Gebärdensprache. Ich sage es mal so, wenn vom Bund die Gebärdensprache anerkannt würde, wäre ein erster wichtiger Schritt und auf Bundesebene verwirklicht. Liebe Mitglieder, liebe gehörlose Menschen, die Schweiz ist ein föderalistisches Land. Unsere Kollektivmitglieder müssen sich in ihren jeweiligen Kantonen für die Anerkennung der Gebärdensprache einsetzen. Nach 75 Jahren werden wir die Herausforderung gemeinsam annehmen und müssen gemeinsam mit unseren Partnern in den Kantonen zusammenarbeiten. Was wir in den letzten 75 Jahren erkämpft haben, ist ein Zeichen für die Zukunft, weiterzukämpfen. Gemeinsam kämpfen und zusammenarbeiten mit einem konkreten Ziel. Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass ich heute Abend eine Überraschung habe. Der heutige Jubiläumsabend ist ein spezieller Abend, welcher unser Jubiläumsmotto widerspiegelt. Ein Zeichen für die Zukunft. Heute Abend ist ein gutes Zeichen. Was wir in der Vergangenheit erreicht haben, wird sich in der Zukunft positiv auswirken. Liebe Mitglieder und gehörlose Menschen, reservieren Sie sich die Zeit heute um 18.30 Uhr und sehen Sie uns live auf Facebook zu.